Hallo Robin, schön, dass du gekommen bist. Wie geht's dir? Gut. Sehr schön. Du fährst Ablaufservice.ch U9 vom Schweizerischen Jugendmotocross-Club. Das heisst, du bist noch nicht neun. Wie alt bist du? Neun. Gerade jetzt neun geworden. Jetzt in der Meisterschaft bist du aktuell Vierter. 19 Punkte hinter dem Ersten. Was sind deine Ziele heute? Erster werden. Im Training hast du das bereits hergebracht. Du bist der Schnellste auf der Strecke. Gefällt es dir? Ja. Amruswil schöne Strecke dementsprechend. Wieso warst du so schnell oder schneller als die anderen? Weil ich am Rand gefahren bin und in den Löchern. Hast du die ideale Linie gefunden im Gegensatz zu den anderen? Ja. Sehr schön. Was ist heute wichtig, dass du auch im Rennen der Schnellste bist? Der Start. Hast du das dementsprechend noch viel geübt? Ja. Sehr schön. Robin, ich wünsche dir viel Erfolg. Wenn du auch das Rennen gewinnen sollst, dann sehen wir uns nachher nochmal. Ja. Viel Spaß. Tschüss. Ich wünsche dir viel Uhr. Danke dir.